Und damit willkommen zur Minecraft Create Mod. Ich habe das noch nie gespielt, es ist lange überfällig. Es kann sein, dass ich danach nie wieder zu Vanilla zurückgehen werde. Ich zeige mal kurz, ich habe Datapacks hier, Animan Grief, Fast Leaf Decay und Never Portal Chords. Die habe ich ja inzwischen auch in der normalen Hardcore-Welt drin. So, unsere Karte wird heißen, Polonia Troja, natürlich Hardcore. So, Seed werde ich einfach mal zeigen. Das heißt, ihr könnt theoretisch mitspielen. So, Game Rules, Data, Apex, Experiments interessiert uns alles nicht mehr. Let's go. Es gibt nur eine Sache, die wir direkt machen müssen. Ich habe noch nicht mal das normale 1.18 Terran wirklich gehabt am Anfang einer Map. Also, oh, direkt Wüste. Wir müssen einmal Open to LAN machen, weil... Bleibe Backend Off. Weil sonst crasht uns nämlich das Spiel, sobald wir einen Create Block platzieren. Habe ich alles schon durch? Was für ein toller Spawn, genau das, was ich nicht wollte. So, wir markieren einmal den Spawn-Punkt. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Komm, wir gehen nach Norden. Fische. Richtig schon mit bloßen Händen getötet. So, ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem Texturen-Pack machen wird. Weil es gibt für Create nicht wirklich eins. Ich hoffe, dass das einigermaßen gut aussieht mit Mesa, auch mit den Vanilla-Create-Blöcken. Ach, du Scheiße, geht das tief rein da. Aber direkt ein Mesa-Biom neben dem Spawn. Das wird bestimmt lustig, falls wir mal Gold brauchen. Was für was hast du alles drin? Ah, ich so ziemlich die üblichen. Also, Inventorio ist auch wieder mit dabei, weil ich werde nicht mehr Mono spielen. Emi ist mit dabei, anders als in der Hardcore-Welt. Und halt jetzt Created, aber noch keines von den Create-Add-Ons, weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Das sieht da aus, als wäre da... ...kämme da ein großes Meer. Es könnte sein, dass wir in dieser Welt nicht alt werden. Es könnte sein, dass wir in dieser Welt nicht alt werden. ...kong, wir brauchen irgendwas, dass wir Holz kriegen. ... So, Tintenfische bringen uns jetzt Noch nichts Letztlich Das habe ich schon lange Das ist jetzt nur das Jubiläum Was Twitch ja jetzt hat Aber Keine Ahnung Ob das so viel bringt Wir müssen irgendwie aus dieser Wüste raus Boah Spritten verbraucht so viel Energie am Anfang Das ist nicht normal Da ist ein Dorf Ey, sogar zwei Dörfer direkt nebeneinander Okay, wir sind vorerst gerettet Oh, ein Kanin Ich glaube, ich habe noch keins Vorher gesehen Alter Jackpot Dörfer sind kein Problem in Minecraft Nein, nur nicht Oh, ich glaube Das ist aber ein bisschen komische Häusergeneration hier gerade Verdammt Ich hatte ursprünglich mal einen Plan Falls wir in der Wüste landen sollten Habe ich dann eigentlich dagegen entschieden Und jetzt versucht das Spiel mich doch dazu zu kriegen Dass ich in der Wüste bleibe Huch Was hat denn hier den Hasen Weggezwiebelt Der Arme So Minecraft offiziell durchgespielt Wir haben ein Bett Ja, okay Ihr seid Besi Was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe Ist ein Crafting Table So Da wir jetzt unbegrenzt Essen haben Und unbegrenzt Zeit Da wir ja jetzt schlafen können Sprinten wir weiter Was ist zu realistisch Okay, da geht's Da geht's tief runter Also noch mehr Oldschool Als Misas Texture Pack Wird es eigentlich nicht Das ist eigentlich nicht Jetzt habe ich so viel Heu, so viel Stroh, aber ich kann nichts draus machen, weil ich keine Crafting Table habe. Als ob ich jetzt schon wieder beim Spawn bin. Komm schon, ich brauche ein Stück Holz. Boah, ist das riesig. Oh je, oh je, oh je. Raus hier, raus hier, raus hier. Diese Wüste muss doch mal irgendwo enden. Das sieht schon fast künstlich aus hier. Da, ein Baum. Ein einziger Baum. So, direkt erstmal den Apfel. Dann Crafting Table. So, weiter geht's. Oh, da ist ein Wüstentempel. Boah, das ist jetzt verlockend. Und... So, wir machen jetzt mal was ganz Verrücktes. Wir fangen mit einer, an einem Diamantschwert an. Aber eine Spitzhacke brauche ich auch. Was soll da, du tue ich hier? Manchmal muss man Diamanten ausgeben, um Diamanten zu bekommen. Ah, das ist so ungewohnt, hier drin zu sein. Und es ist nicht Crossroads-Tempel. Oh, weh, das löst jetzt die Druckplatte aus. So, jetzt passiert auch nichts mehr. So. Boah, ich erinnere mich noch, als mein TNT, wenn es einmal platziert war, nicht entschärfen konnte. Capacity, das ist neu. Capacity, das ist neu. Huch. Diamant. Hat sich noch nicht so ganz gelohnt. Okay, wir dürfen noch nicht schlafen. Wie gesagt, ich hatte schon mal überlegt, ob wir tatsächlich, falls wir in einer Wüste spawnen, auch eine Wüstenbase machen. Aber ich habe so lange im Crossroads-Tempel gelebt, dass ich nicht schon wieder sowas Wüstenmäßiges machen will. Und zum Thema Create passte was anderes einfach auch viel besser. Das sieht nach... Hallo. Zumindest genug Holz für ein Boot sollte hier sein. Oh, das trägt ein Sumpf. Das trägt sogar ein Mangroven-Sumpf. Oh, die 1,18 Höhen sind so... Uffs. Ich will da ein bisschen sofort reingehen. Vielleicht tun wir das sogar. Wir können nur nachts schlafen. Kann ich die Mangroove Propagules noch nicht... Was ist das da hinten? Was ist da für komisches Zeug entstanden? Vor allem eine Wüste direkt neben einem Feuchtgebiet. Ja, nee, ist klar. Und ich dachte eigentlich, genau wegen sowas verfolgt Minecraft auch die Biom-Temperatur nach. Und guckt, dass eben solche Sachen nicht nebeneinander generieren. Spiegel, darf ich bitte schlafen? Von unter freiem Himmel im Regen schlafen führt bestimmt nicht dazu, dass man sich ne Lungenentzündung oder sowas holt. Kann... Was genau beinhaltet die Kraten und eigentlich alles? Die Frage ist eher, was beinhaltet sie nicht? Wir können halt hier mit Mechanismen, mit Wasserkraft und Dampfantrieben und so Geschichten bauen. Was später auch zum Kniff führen wird, den ich in dieser Reihe vorhabe. Aber wir müssen erstmal ne Base-Location finden. So, das da sieht nach nem Ort aus, wo wir zumindest mal ne vorläufige Base uns einrichten können. Wo wir langfristig hin wollen, ist natürlich ne andere Frage. Wir sind im Osten jetzt gelandet. Wir sind jetzt schon mal! Die Kraten sind gelandet. Die Kraten sind gelandet. Und das sind gelandet. Ganz gut. Und die Kraten sind gelandet. Wir sind gelandet. Damit sind wir gelandet. Bis zum nächsten Mal. Doch, das ist gelandet. Na super, jetzt haben wir noch ein Gewitter. Komm, hier muss doch mal irgendwo Pola an der Oberfläche sein, dass ich mal Fackeln bekomme. So, jetzt haben wir noch ein Gewitter. So, dich packen wir hier rein. Aber so richtig beeindruckend tut mich hier noch nicht. Wow. Kupfer, das können wir eigentlich auch schon mal brauchen oder werden wir später brauchen. Create macht, glaube ich, einiges damit. Was benötigen wir nicht? Komm, Iron Horse Armor. Wir sind viel zu bonzig für Iron Horse Armor. Minecraft hat nie mit einem Abo-Modell gearbeitet. Für Realms, ja, aber nicht für das Spiel selber. Okay. Da ist Kohle. Hier ist Kohle, also ist das der Place to be gerade. Ich glaube, wir graben uns hier rein. Komm, wir brauchen kein verrottetes Fleisch. Komm, wir brauchen kein verrottetes Fleisch. So, wir machen hier kurz mal ein bisschen Ordnung und Licht. Und dann machen wir uns hier unsere Starter-Base rein. Bis wir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit haben und in der Lage sind, uns einen dauerhaften Ort für unsere Vorhaben zu suchen. Scheiß auf die Druckplatte. Scheiß auf die Druckplatte. Scheiß auf die Druckplatte. So, was auf das Bett können wir mal kurz hier abstellen. Den Crafting-Table auch. Da machen wir uns nämlich eine Axt. Wir brauchen nämlich mehr Holz vor der Hütte. Merkt man, dass ich die letzten Wochen viel das Erbe der Könige gespielt habe? Schau gar keinen pflanzen wir mal ein. Momentan bringt es uns nichts. Tiere sind auch in der Nähe. Das heißt, wir können später auf jeden Fall auch die Zucht betreiben. So, und da wir schon mal hier sind, pflanzen wir auch direkt wieder neue Bäume. Wir wollen ja nachhaltig leben hier. Such, hier ist noch Kupfer. Wenn es nur nicht so still wäre. Können wir Musik ein bisschen lauter machen? Wenn denn zumindest noch welche kommt. Ähm, hier. Das sieht gut aus. Ja, wir müssen uns entscheiden. Machen wir nur. Machen wir uns hier eine Hobbit-Höhle rein. Oder? Ja, aber da oben machen wir dann das Schlafzimmer rein. Jo, genau so machen wir es. Wir brauchen dafür nur dann später Glas. Wir haben erst elf Sand, also... Hoch. Ähm. Spiel. Ähm Okay, ich dachte schon Ich dachte schon, das Spiel hätte jetzt extra Weil normalerweise macht es das ja nicht Aber ich habe jetzt schon gedacht, es hätte einfach mein Bett gelöscht Wir brauchen Glas Das wird erforderlich Sein Den Ofen So, die Chests können wir auch schon mal irgendwo hinstellen So, dann Alter, was ist das für eine Plattform? Die segelt doch 100 pro runter, wenn wir da hochgehen und auch nur einen Block abbauen So, wir könnten eine Mine graben oder wir könnten auch in die Höhle gehen Also für Hardcore ist das natürlich wesentlich sicherer, in eine Mine zu graben, aber Okay, das geht aber auch ziemlich steil runter Da fehlt mir jetzt irgendwie sowas wie eine Strickleiter, die man runterwerfen kann Also wir nehmen das Ich will mal das Akazienholz ausprobieren für die Türen Wow, das sieht sehr stabil aus Rein da, rein da Rein da, rein da Auch das Ideal benötigen wir nicht Sehen wir uns mal um, ob es hier eine Höhle in der Gegend gibt, wo wir gut reinkommen Moment, Schild Wenn ich in eine Höhle gehe, sollte ich zumindest ein Schild haben Wozu wir wiederum Eisen benötigen Und wir haben genau ein Stück Eisen übrig Warte So Kommen wir da irgendwie Ach, da ist Wasser Frage ist eher, kommen wir wieder hoch Zum Beispiel Six Kommen Komm, wir nehmen ein paar Bäume noch mit. Ist überall Wasser, aber mit ... Oh, dich brauchen wir, aber ich glaub, ich weiß nicht, ob ich dich schon abbauen darf. Komm, das muss doch möglich sein. Ich meine, wir haben die Tür. Was sind denn das für Eisenadern, ihr bitte? Was ist denn das für ein Wasser? Was ist das für ein Wasser? Unter uns ist auf jeden Fall irgendwas Höhlenmäßiges. So, wir brauchen unbedingt eine Eisenspitzsacke. Das heißt, einmal schwelzen. So, endlich. Wie funktionieren da mal der Copter? Mal sehen, mal sehen. 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 Ich grabe jetzt einfach eine Mine, ganz ehrlich. Mal sehen, mal sehen. So, Sand haben wir nicht noch mehr. Genau. Komm, wir brauchen mal grad noch die. Flami. Flami, danke für die 5 verschenkten D2 aus. Mal sehen, dann gehen. Sie müssen nachzudenken. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das stimmt, das Erbe der Könige, der das Skript, der aktuelle Entwurf ist jetzt 30 Seiten lang geworden. Das wird so pain, das alles einzusprechen. Aber das Video wird bestimmt so um die 90 Minuten lang. Das Video wird so um die 90 Minuten lang. Komm schon, ich hätte nichts gegen ein bisschen Eisen. Locken einzusprechen. Locken einzusprechen. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind immer noch viel zu hoch. Das knickt noch Höhle. Wir sind immer noch viel zu hoch. So, was wollte ich machen? Ich wollte Treppen craften. Wir sind immer noch viel zu hoch. Wir sind immer noch viel zu hoch. Das klingt noch Lava. Ich höre auch Skelette. So. Wir sind immer noch viel zu hoch. Suck. 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 mit wem? Ich glaube, wir graben uns gerade schön vorbei an der ganzen Geschichte. Aber da haben wir Zink. Niemand kann nichts wegen sich selbst überlassen. Das stimmt. So, Lapis, das idealerweise mit einer Fortune-Spitzhacke abgebaut wird. Und da sind wir auf Ebene 11. Super, es fehlen genau zwei Treppen. 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 So, aber ich wüsste schon gerne, wo diese Hürde ist. Wir sind ganz in der Nähe. Es wäre natürlich interessant, wenn sich herausstellen würde, dass es ein Spawner ist. Dann hätten wir nämlich relativ früh schon eine XP-Farm. Okay. 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 So. Okay. 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 Hallo? Okay, da ist jemand Böses. Okay, aber ich will zumindest eine Vollrüstung haben, bevor ich da reingehe. Sechs Stück, dann hier, dann machen wir den rein. Okay. Okay. Okay, wieder einEu?. Okay. 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 So, und ich hoffe, dass wir jetzt auch keine weitere Eisenspitzehacke mehr craften müssen, sondern wenigstens einen Diamanten vorher finden. So, und ich freue mich. So, und ich freue mich. So, ich freue mich. Moment, ich glaube, da drüben gab es welche, sonst hole ich mir das auch gerade. Ne, das war nicht hier. Komm, ein Diamant, mehr will ich nicht. So, ich freue mich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, soviel dazu. Keine Diamanten. Okay, soviel dazu. So, wir holen nochmal die Kisten von oben. Hmm? 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 So, pass auf. So, pass auf. So, sehe ich wie viel? Ja, 250 hat die. Das heißt, 500 Haltbarkeit durch drei sind wir bei 166 Blöcken, die wir in eine Richtung graben. Und danach sollte das Eisen durch sein und wir können in die Höhle gehen. Das heißt, wir können in die Höhle gehen. Senk, sehr schön. Das heißt, wir können in die Höhle gehen. Hallo? So. So, wir können in die Höhle gehen. So, ich habe noch keine Eisenachst. Dann machen wir ein... Moment, ich habe... Genau, Helm und Hose fehlen mir noch. So, und dann brauchen wir einen Eimer. So, und dann brauchen wir einen Eimer. So, wir können in die Höhle gehen. So, wir können in die Höhle gehen. So, ich habe ich noch nicht. So, ich muss das affectation. So, ich kann es da, dass wir ein Eimer haben. So, ich kann es noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wir haben eigentlich keinen unmittelbaren Bedarf für Tropfstein. Das heißt, ich lasse den erstmal hier. Das heißt, ich lasse den ZDF, 2020 Das heißt, ich lasse den ZDF, 2020 Das heißt, ich lasse den ZDF, 2020 So wirklich sicher fühle ich mich hier nicht. Das heißt, ich lasse den ZDF, 2020 So, Zinn oder Zink, je nachdem. Braucht man nicht normalerweise Zinn für Bronze? Ja, spiel. Ja. 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 Bringst du Alkohol? Nein. Oh, ein Mein Schäft? Oh, ein Schäft? Oh, ein Schäft? Oh, ein Schäft? Oh, das würde sich anschleichen. Oh, ein Schäft? Oh, ein Schäft? Oh, ein Schäft? Oh, er ist ein Schäft? Ich sollte vielleicht auch mal meinen Eimer füllen mit irgendwas. RGP willkommen zum Stream. Oh ja, danke für die Erinnerung. Oh ja, danke für die Erinnerung. Still a mystery it is. So, was haben wir hier? Blowberries. Kürbissam sage ich definitiv nicht Nein zu. Namensschild. So, der Rest ist egal. Aber wir brauchen mehr Inventarplatz. So, was haben wir hier? 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 Was ist denn hier los? Zombie-Orgie? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein normaler goldener Apfel Melonsamen Untertitelung des ZDF, 2020 Aber wo? So, den haben wir geblockt Oh, was bist du? Was bist du für ein Zeug? Crimside Ah, das finde ich doch nie wieder Oh, was ist das? 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 Nicht den goldenen Apfel. 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 fürs Klettern von Spinnen hat oder einfach, dass Zombies sich mal bewegen wie Zombies. Ah, Powered Rails wären schon irgendwie verlockend. Wir müssen unbedingt Zeug abladen. Okay. So, dann haben wir jetzt hier den Kupfer. Ich weiß nicht, was Crimside ist, aber ich brauche, ich will mehr davon. So, Seeds, Name Tags. Theoretisch könnte man die hier auch als Richtungsweiser benutzen. So, an diesem Punkt benötigen wir auch kein Holz. So, 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 Okay. Ölenspinnen. Die Geisten meiner Existenz am Anfang eines Hardcore-Runs. Ah, hier sind wir. Okay, das wird mir gerade ein bisschen zu heikel. Okay. 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 Wir nehmen mal ein Stack mit. Wir nehmen mal ein Stack mit. Wir nehmen mal zwei Stacks draus. Wir nehmen mal ein Stack mit. 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 Okay. 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 So I must consume drink. Damn. But who give drink? Still a mystery it is. Ich bin gespannt, ob Create eine deutsche Sprachversion drin hat. Untertitel anzeigen. Tatsache. entry b b j ein Super, jetzt habe ich es schon wieder geschafft, dass meine Fackeln mich im Kreis führen. So, jetzt habe ich es schon wieder geschafft, dass meine Fackeln mich im Kreis führen. So, Kohle werden wir später auch noch brauchen, denke ich, abgesehen davon, dass wir die Level brauchen können. So, jetzt habe ich es schon wieder geschafft, dass meine Fackeln mich im Kreis führen. Was macht Hall of Fame Belohnung? Das wird die Bäume ablösen. Aber die Hall of Fame müssen wir erstmal noch bauen. So, jetzt habe ich es schon wieder. So, jetzt habe ich es schon wieder. Bringt noch nichts, das jetzt einzulösen. Ich würde damit auf jeden Fall noch warten. Weil ich werde wahrscheinlich die Liste erst machen, wenn es soweit ist. Super, ich laufe im Kreis. Aber ich glaube, wir müssen verhandlungsweise wieder nach unten. Hm? Hm. So, let's go. So, let's go. So, mal sehen, wie lange es jetzt noch dauert, bis wir endlich mal Diamanten haben. Aber ich glaube, ich habe eine Idee, was wir mit dem Limestone machen können. So, let's go. 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 So. So, let's go. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Aber trotzdem... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, Eisen haben wir Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich ja sagen Create hat irgendwas daran geändert, aber ich weiß, dass auch in Vanilla manchmal solche Durststrecken einfach drin sind Und im nächsten Moment kriegt man die Diamanten gefühlt nachgeschmissen Und dann... Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und dann... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viel brauchen wir noch? Fünf So, dann können wir nämlich anfangen, mal ein bisschen zu sortieren hier Und dann können wir ja auch hier Und dann können wir uns anfangen, mal ein bisschen zu lösen hier Und dann können wir uns anfangen, mal ein bisschen zu lösen, Oh, wow! Ne... Also ich würde sagen, XP-Farm ist gesichert. Vor allem ist es auch noch ein Skelett-Spawner. Bester Spawner. Und die hauen ganz schön rein. Wauw. 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 Okay, das mit der Offhand stört mich immer noch. Okay, das mit der Offhand stört mich immer noch. Okay, das mit der Offhand stört mich immer noch. So, wir machen uns vielleicht mal irgendwo ein Schild hier hin. Okay. 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 So, Zinn, ein paar Zink, je nachdem. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Jetzt mal ganz ehrlich, ändert Create was an der Diamant-Generierung? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich freue mich, ob er es an der sieht, aber Leute, ich werde jetzt langsam mal gerne Diamanten. What a lovely day. But alas, I am dehydration, so I must consume drink. But we'll give drink, store mystery images. What a lovely day. So, Melonen-Samen, ganz ehrlich, was will ich damit? Wo kommen wir denn jetzt raus? Wenn hier Tropfstein ist. Was ist das für ein Shader? Wahrscheinlich müsste es BSL sein. Was ist das für ein Shader? Was ist das für ein Shader? Was sieht mir auch nicht so kreativ aus? Es ist ja auch nicht kreativ. Es ist die Create-Mod. Es sind zwei verschiedene Dinge. Was ist das für ein Shader? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dein Ernst, Creative? Wirklich? Willst du dein Nutzlosium nicht für sinnvollere Dinge ansparen? Wirklich? Ich hab das Gefühl, Lapis ist viel häufiger jetzt. Ich will das jetzt wissen. Fügt nur Zink hinzu. Und keine Änderungen. Das ist neun Monate alt. Also, es müssten doch jetzt mal langsam Diamanten kommen. Ich sagte Diamanten, kein Kopfer. Wir sind auf Ebene 11, immer noch. Okay. Will ich hier sein? Wir wagen einmal einen Blick, auf uns hier irgendwo Diamanten anlachen. Aber ich sehe keine. Wirklich? Wirklich? Ich habe auch mit dem Kram gehnter. Also, ich habe ein paar Wagen mit dem Kram gehnter. Er ist doch nacht. Ich habe dabei zwei Kram gehnter. Ich habe dann ein paar Kram gehnter. So, ich habe riesengter Zinkter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob wir heute noch dazu kommen, irgendeinen Mechanismus zu bauen. Ja, ich will kein Wasser platzieren. 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 Ja, nächster Schacht. Ja, ich will kein Wasser platzieren. 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 Das mache ich eigentlich. Ich sollte vielleicht mal mein Inventar leeren, bevor ich hier weitergrabe. Okay, wir haben noch genug Spitzhacken. Spitzhacken 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 Das geht alles weiter nach oben, also bringt mich das nicht wirklich weiter. Das geht alles weiter nach oben. Das geht alles weiter nach oben. Ich glaube unser erster Create-Mechanismus wird eine Zuckerrohr-Farm sein müssen. Das geht alles weiter nach oben. Das geht alles weiter nach oben. Das geht alles weiter nach oben. Und das war's auch mit meinem Bestand an goldenen Äpfeln. Jetzt habe ich aber keine mehr. Das geht alles weiter nach oben. 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 So, ich grabe hier jetzt einfach stur weiter. Irgendwann muss doch mal ein Diamant hier kommen. Das geht alles weiter nach oben. 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 So, zwei Kisten. Irgendwo hier müssen noch mal Diamanten drin sein. Ja, zwei Stück. Endlich. Das heißt, zumindest die Spitzhacke ist schon mal erledigt. Wir brauchen jetzt nur noch einen für eine Enchantment-Table. Dann habe ich auch genug unter Tage heutige gesehen. Nope. Okay. 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 Das ist eine normale Spünne. Okay. 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 So, das wird doch wohl hoffentlich möglich sein, noch einen Scheiß Diamanten zu kriegen. So, das war's für mich. Ich habe das Gefühl, Lapis ist häufiger als sonst. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass ich bis jetzt so selten in 1,18 Gebieten hier Minen betrieben habe. Aber ich habe das Gefühl, es ist häufiger. Jetzt brauchen wir einen Ventarplatz. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass ich mich nicht so selten in 1,18 Gebieten hier bin. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass ich mich nicht so selten in 1,18 Gebieten hier bin. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass ich mich nicht so selten in 1,18 Gebieten hier bin. Ich habe das Gefühl, es ist nicht so, dass ich mich nicht so selten in 1,20 Gebieten hier bin. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben schon wenigstens mal ein paar Diamanten hier am funkeln. Untertitelung des ZDF, 2020 Mal schauen, hier muss doch mal irgendwo eine Ader sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mal schauen, hier muss doch mal eine Ader sein. Ich wüsste nur zu gerne, an wie vielen Diamanten ich schon vorbeigelaufen bin, die einfach nur irgendwie so ein Block entfernt, verdeckt, also von einer Block dick Schicht. Dieser Satz ergibt keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und dann geht's mir wieder. Und dann geht's mir wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn man Diamanten hat, hat man das Gefühl, das Spiel schmeißt sie einem nach, aber vorher ist einfach eine komplett tote Hose hier. Vielen Dank. Ah, die Soundart muss auch von der Mod, aber ich weiß gar nicht mehr welche. Das sind, glaube ich, verschieden sogar. Okay. 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 So, wir sind jetzt fast am Boden der Welt. Es wird doch wohl nicht zu viel verlangt sein, hier eine Diamantader zu finden. Wow! Wow! Oh! Oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. So, wie viele sind es? Oh, oh, oh. Okay, nee, das kommt gleich runter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. So, passt auf, ich mache einmal kurz eine Pinkway-Pause und dann gucken wir mal, was wir mit dem Zeug, was wir jetzt schon gefunden haben, machen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, was haben wir jetzt alles gehabt? Wir haben Kupfer, wir haben etwas Gold, aber nicht viel. So, Endesite brauchen wir viel, soweit ich weiß zumindest. Ist das das Ding von der Create Not? Dann Zink. So, das Holz nehmen wir wieder mit hoch. Die Melonenkerne, die Kürbiskern und die Rote Beete Samen auch. Knochen nehmen wir mit. So, das ist das Ding. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch, wir werden Weizen brauchen, aber ich meine wir haben ja auch noch eine Menge, ich hätte das Eisen mal mit hochnehmen sollen. So, dann gehen wir auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall So, eine Hacke. Was ist aktuell dein Plan, wann geht's mit Create los? Mein Plan ist, dass wir jetzt tatsächlich mal gucken, was wir an Create Mechanismen schon bauen können, damit wir zumindest schon mal ein passives Einkommen für Sugarcane haben und vielleicht auch schon XP. Das Ding ist, ich weiß halt nicht inwieweit man Create einen einführt in so Sachen. Wir machen Zäune. Wir machen Zäune. Ja, ich möchte aber mehr als einmal craften, bitte. So. 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 Kommt her. So. 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 Ich meine, die wären potenziell interessant für Segel. Hör doch mal auf, mich ständig aus dem Auge zu verlieren. Kuh, komm her. Kuh, komm her. Oh je, oh je, oh je. Schön hier geblieben. Drei Kühe, zwei Schafe, ich weiß nicht, wo der Rest hin ist. Drei Kühe, zwei Schafe, ich weiß nicht, wo der Rest hin ist. Drei Kühe, zwei Schafe, ich weiß nicht, wo der Rest hin ist. Drei Kühe, zwei Schafe, ich weiß nicht, wo der Rest hin ist. Ihr bleibt jetzt mal alles schön hier. Die Tiere wollen aber auch immer raus. Erst mal was in Tierhaltung einführen. Natürlich! Was glaubst du denn? Moment. Hier kommen die sonst raus. Das ist Bio. Genau! Sie haben noch Bewegungsspielraum. So, aber ich komme hier raus, oder? Alles, was noch kein Entity-Cramming macht, ist Bio. Richtig! Du hast es verstanden. So, wir haben diesen schönen Teich hier. So. Wir müssen mal kurz unser Schlafzimmer vorbereiten. So, so. Untertitelung des ZDF, 2020 So, vielleicht kriegen wir das später noch ein bisschen schöner hin. Ein Portal haut mal an, das wird kein Portal, das wird das Schlafzimmer. Oh, Brickforce, das war auch so ein weirdes Ding. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass die Santiago Zisma als Sprecher verpflichtet haben und das sehr schnell sehr nervig wurde. So, welcher Höhe sind wir hier? Das ist die 72. Zehn Sekunden. Ja, ich habe erst zehn Stunden gelesen. Da dachte ich mir so, what? Du bist aber gerade sehr großzügig. So, 648 und hier oben. Wow, das kommt sogar sehr gut hin. Und dann ist das letzte Jahr. Ich höre Lava. So, wir können schon mal ein bisschen Cleanstone machen, einfach nur... Ja, das war total unnötig, was ich hier gemacht habe. So, pass auf. Wir holen das Bett. So. So, wir haben ein Bett. Wir haben ein Schlafzimmer, sobald ich jetzt hier das Glas reinziehe. Damit ist es offiziell ein Haus. Oder zumindest eine Hobbit-Höhle. Okay, das sieht scheiße aus. Ich wollte es nicht zu quadratisch haben. Sobald wir Silk-Touch haben, ändere ich das vielleicht nochmal. So, Fußboden verlegen. Oh. 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 Was? Okay Können Stufen brennen? Sorry Leute, aber ich will kein Ich will hier keine Lava meiner Horbit-Höhle haben Aber es bedeutet, wir können jederzeit in den Neta Oder in den Neta besser gesagt, ich muss mir das echt mal angewöhnen Das richtig auszusprechen Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Mechanische Säge Das hilft mir noch nicht, so kinetische Geräte Das ist das Teil, was ich suche Das ist das Teil, was ich suche Okay Create, nein Okay, ja die Deutschen Teile sind ein bisschen weird Das ist das Teil, was ich suche So, aber Andeside Alloy Andeside und Eisenklumpen Oder Zinn Mixing ist einfacher Keine Hitze erforderlich So, wir brauchen ein Becken und einen mechanischen Mixer So, wir müssen fünf Andeside Legierungen erstmal so craften So, dann Mechanischer Mixer braucht ein Rührstab, ein Zahnrad, ein Siedramm Oh, ist das kompliziert Oh, ist das kompliziert Okay Dann mechanischer, dann mechanischer Dann mechanischer Eisenblech, dann mechanischerweise für die Mechanische Presse, Eisenblock So, Andeside-Rahmen, Strip-Blocks Und das dann auf, so ein Teil, okay So, die Presse Das ist so Das ist so irritierend, dass das mal ausgeht, dass alles dunkel wird So rum So, jetzt benötigen wir So Es gab doch auch ein Teil, dass wir erstmal noch kein Wasser brauchen Sondern keine Handkurbel Das brauchen wir dafür Nur einmal Andeside und dreimal planken Dann, was brauchen wir noch Die Samen brauchen wir gerade nicht Es ist alles noch sehr eng hier So Da brauchen wir ein Depot Unter die Presse oder auf ein Depot unterhalb Das heißt Depot Braucht nur einen Andeside-Rahmen und ein Teil Machen wir mal zwei Stück Wobei wir brauchen eigentlich nur eins Das andere brauchen wir ja den Nix dafür Dann, wir haben die mechanische Presse So Kann ich direkt den Die Handkurbel dran machen Warte Das muss hier dran, richtig Oh ja Das braucht ein bisschen viel Kinetische Energie Das war ja mal ein Fail auf einem anderen Level Warum? Ich probiere das hier gerade aus Ich habe zwar schon ein paar Videos zu Create gesehen Aber ich finde, das ist diesen schlecht zum Lernen Wenn du nicht weißt, wie die ganzen Teile ineinander greifen So, ich sollte mal vielleicht mal erst essen Also hier muss auf jeden Fall ein provisorisches Wasserrad-Setup hin Aber soweit ich weiß Ist denen ja relativ egal Wie viel Wasser sie bekommen So, Wasserrad So So, und dann das normale Wasserrad Dafür brauchen wir einmal die Velo Okay Das ist an sich relativ easy zu craften Das heißt, wir holen einmal kurz Holz Dafür sollten wir vielleicht auch mal Das Inventar frei haben So Ste northwestern Sdireiers Die Schwierst diesem O So Ich 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 so werden benötigen wir gerade noch nicht aber wir können mal die tiere füttern ich muss gerade dran denken in vielen kitas gibt es das spiel tiere füttern nur dass da die definition von spiel schon sehr gedehnt wird ich wollte ich wollte holz holen wieso weil du im prinzip einfach nur futterplättchen hast und entscheiden musst welches tier die kriegt so das war's und spiel setzt normalerweise halt auch eine verlustbedingungen voraus oder sowas so so die mögliche zu verlieren ist doch eine unzumarkt gutbare belastung für die kündliche psyche und für mich ist es eine unzumutbare belastung sowas spielen zu müssen so große wasserräder ich glaube für die habe ich nicht genug platz so 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 depot dann haben wir die mechanische presse die man nur korrekt ausrichtet und dann so 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 Da muss Abstand sein, oder? So, nochmal ein Zahnrad, das kleine. So, jetzt müsste es funktionieren. Bonk. So, ich meine mich zu erinnern, dass Wasserräder, egal wie viel Wasser drüber fließt, immer gleich viel leisten. Hm? Okay. 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 Einfach mal, damit die läuft. Da können wir schon mal... So, wofür wollten wir die jetzt nochmal haben? Was kann ich damit alles craften? Wir sehen, worin es verwendet wird. Ah, verdammt, wie heißen die Dinger nochmal? So, kinetische Quellen. Okay. Nessing oder Ander-Sitan, um Wellen zu dekorieren. Ja, super. Warum sollte ich das wollen? Ja, die brauche ich. Ja, ich will jetzt nämlich die Crafter. Ja. 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 Scharnische Arme, ach du Scheiße, ja. So, wir brauchen Platz hier. Aber ich glaube, der Framerate gefällt das nicht so sehr mit dem Wasserrad. So, wir brauchen Platz hier. Alter, das ist doch nur eine Maschine. Wie kann das so lecken? So, mit einem Zahnrad mehr sollte ich auch in der Lage, den Mixer zu übertreiben. So, ein Rührstab, genau dafür brauchen wir das Blech. So, wir brauchen ein Zahnrad. Und wir brauchen einen Andesidram, den kriegen wir ganz einfach. So, das heißt, wir müssen das da jetzt craften können. Jawohl. Na super, und hier brauchen wir jetzt ein großes Zahnrad noch. Okay, die sind aber zum Glück nicht bedeutend teurer. Zahnrad muss man mit einem Zahnrad antreiben. Ja, tue ich ja schon, aber... Versuche ich es. Nein. Ah, hier ist kein Platz. Es muss ein kleines... Ich versuche gerade die Rotation von dem hier auf das hier zu übertragen. Wobei, theoretisch müsste es sich hier doch auch übertragen. Aber wenn nicht, es muss ja so rum ausgerichtet sein, oder? Ja, muss es. Das muss doch irgendwie geschickter gehen. Oh. Warum passt... Doch, das große passt da hin. Du hast es mir doch gerade gezeigt. Spiel. 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 Das bietet er mir an. Bringt mir aber nichts. Ah, da hat zu wenig Platz hier. Ja. Man hat das überfordert. Mein räumliches Vorstellungsvermögen. Also hier muss das rein. Das heißt, unser Ende ist im Grunde genommen ja schon fest. Wo ist jetzt das eine Zahnrad abgeblieben? Da. So, was wir auch tun, das muss so sein. Und jetzt... Wir brauchen mehr Platz. Der Anfang muss anders sein. So, Moment, ich muss das mal kurz visualisiert haben. Ah, okay, wir brauchen zwei. Ah, ich verstehe. Jetzt machen wir das. Dann machen wir noch ein großes. Jetzt würde ich einfach nur gerne mal testweise. Was natürlich nicht wegen... Die berühren sich jetzt nicht. Okay. 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 Das ist auch zu niedrig. Das ist ja genau die Richtung, die ich nicht haben will. Wobei, ne, hier ist es richtig. Okay. Okay. Die berühren sich, aber die transferieren keine Energie. Gott, verdammt. So. Jetzt wird Energie transferiert. Wenn wir die zwei jetzt tauschen, müsste es eigentlich funktionieren. Warte. Okay. Hier ist es noch eine Lasse. Ja. So, und der muss... Nur das jetzt hier. So. Normales Zahnrad eigentlich. Warte, nee, es funktioniert. Wieso hat das denn... Doch, es funktioniert. Oh, das klingt nach einem ziemlich fiesen Cocktail, den du da beschreibst. So. 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 Wenn man jetzt sieht und die Teile hier zusammenschmeißt, dann haben wir jetzt im Prinzip die doppelte Conversion Ratio. So. 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 Hier machen wir nochmal ein großes Zahnrad, bitte. Funktioniert es? Oder ist es... Zahnräder wollen mir nicht in meinen Kopf. So, pass auf, wie können wir noch... Ähm, schneller drehen. Ähm, nee. Ich hänge jetzt eigentlich davon aus, dass ich zu wenig Power habe. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war jetzt viel komplizierter. Ich wollte schon sagen, es kann doch nicht sein, dass ich es so oft umleiten muss. So, das funktioniert jetzt. Das funktioniert jetzt. Dieser mechanische Mixer dreht sich nicht schnell genug. So, und wie machen wir, dass er sich schneller dreht? Ist hier irgendwo so ein Baum, wo ich einfach alles mir angucken kann? Ich weiß nicht, es gibt das Teil hier, aber das ist so, wie ich weiß, eher Late Game. Brauche ich mehr Wasserräder, oder muss ich was anderes machen? Das hat mir ja gerade noch gefehlt. So, aber wie kann ich das? Wie kann ich jetzt seine Geschwindigkeit erhöhen? Na, wie kriege ich das hin, dass er mir alles anzeigt, was zu Create gehört? Also, wenn sie es nicht vor kurzem geändert haben, war mein Stand eigentlich, dass das keinen Unterschied macht, wie viele Wasserblöcke es berühren. Es muss nur irgendwie ein fließender Wasserblock sein und es darf nicht in entgegengesetzte Richtungen sein. Wenn man von der Gearbox geört hat, oder Gear Ratio. So, was macht das Ding? Warte. Warte. Ja. Warte. 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 Okay, dafür brauchen wir netter Quarz. Okay, vertikales Getriebe kann jederzeit umgewandelt werden. Wir brauchen einen Desidrahmen und vier Zahnräder. Sonst werde ich die Tür offen lassen. So, wie funktioniert das Teil? Ja, warum erzählst du mir dann die ganze Zeit was vom Getriebe? Also, für mich klang Gearbox nach, nach, äh, das ist das, äh, aber das, was du geschrieben hast, du hast was von Gearbox geschrieben. So, die, pass auf, die Gangschaltung. Nein, das ist nicht das, was ich suche. Das hatten wir auch schon. Das hatten wir auch schon. Oh, mein Kopf, meine zwei Gehirnzellen schaffen das gerade nicht. So, theoretisch muss ja aber das hier. Und dann benötigen wir das nicht mehr. Aber was soll ich mit den Zahnrädern machen? Eine Zahnräder habe ich ja genug. An Desidrahmen kann ich auch herstellen, aber... Ja, hier wird es nur so dargestellt, dass ich damit dekoriere. Da muss ich auf bestimmte Weise aneinander rein. Brauche ich das große Rad überhaupt in dem Fall? Da muss ich... Das war's für heute. So, das bringt nichts. Sie ist von der großen zu kleinen. Sorgt dafür, dass die Geschwindigkeit verdoppelt wird. Also wir müssen mit einem großen anfangen. Ich habe dir was auf Discord geschickt. Jetzt bin ich gespannt. Da, ich kann mir jetzt keine Videos angucken. So. Kleines daneben. Also direkt daneben geht nicht. Aber das alleine hat ja jetzt noch nichts gemacht. Das war's für heute. Das Rad mit dem Andesidrahmen. Moment, den muss ich gerade mal herstellen. Wir haben sogar noch welche gehabt. So. Ähm, das hat ja, das hat ja nicht mehr verbraucht. Okay. Ein großes Zahnrad an das kleiner. Genau. So. So, ein kleines neben das große. Warte. Ah, und das, meinst du, das Teil, damit die sich nicht berühren, oder wie? Was hat auch jetzt an der Bewegungsgeschwindigkeit noch nichts geändert? Wieso überträgt sich das nicht mehr? Das hat es doch vorhin auch getan. Was ist mit der Wasserströmung? Warum ist die auf einmal so heftig? Aber was fehlt denn jetzt hier? Sind die Pillager weg? Nein. Du musst das Ding noch größer geworden. Welche? Welche? Ein großes, alles klein dran. Was ist mit der Wasserströmung? Ich glaube, wir brauchen die Handkurbel nicht. Also auf Diorite benötigen wir nicht. Wir benötigen auch gerade keine Knochen. So, du hast gesagt, Großes, Kleines, Großes. Das Große wieder ein Rahmen. Aber der Rahmen ist doch nur Deko. Der macht doch überhaupt nichts. So, ich glaube, wir brauchen die Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen. Nicht so wie dann. Meinst du so rum? Ah, okay. Ich glaube, ich beginne zu begreifen, was du mir sagen willst. Wenn ich jetzt theoretisch wieder hier ein kleines hätte. Spiel. Kann ich das irgendwie favoriten? Ah, okay. Ich habe es nämlich so verstanden, dass diese Verbindung, dass das dazu führt, dass es doppelt so schnell ist. Ich habe es nämlich so verstanden, dass die Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen-Knochen. Das heißt, du brauchst wieder so'n Teil. Spiel, wärst du jetzt vielleicht mal so'n Teil? Ich versteh' noch nicht so'n ganz, wie ich das gezielt platzieren soll. Nee, genau das sollst'n nicht machen. So, dann haben wir jetzt die mechanische Presse, wir haben das Depot. Das müsste ja jetzt ein gutes Stück schneller sein. Dann haben wir hier das Becken. Da packen wir die Sachen rein und wir brauchen den Mixer. Jetzt haben wir nur wieder das Problem, dass der hier andersrum sein muss. So und jetzt machen wir wieder einen Achsenwechsel, aber ich glaub' das könnte schon wieder falsch sein, weil da nicht genug Power reinkommt. Nein! 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 Wir hatten das doch vorhin hinbekommen. Nein! 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 Ich bin so froh, wenn ich's überhaupt mal platzieren darf. Ich bin so froh. Musik So, gib mir nochmal zwei große Ah, jetzt haben wir schon wieder keine von denen mehr, aber das ist okay Ich glaube wir werden sowieso nicht zu viele Zahnräder besitzen können Musik 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 So, Theorie. Ja, das ist doch das, was ich haben wollte. Wir müssen die Treppe gleich eh noch umziehen. Na, endlich. Der Unterschied zwischen dir und Gott ist, dass ich an dich glaube. Ja, das ist doch das, was ich glaube. Ich glaube, das ist doch das, was ich glaube. So, pass auf. Ich glaube, das ist doch das, was ich glaube. Oh, ich habe tatsächlich eine Gewichtsdecke. Also, habe ich es tatsächlich zum Schlafen. Ich habe aber irgendwann nicht mehr, also ich merke inzwischen tatsächlich nicht mehr den Unterschied. Das ist mein Problem. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte noch eine Treppe haben. Ich meine, Zäune schaden auch nicht, werden wir sicher auch noch brauchen. Beziehungsweise theoretisch will ich halt hier. So, jetzt können wir an der Siedlegierung herstellen. So viel wir möchten. Sollten wir vielleicht auch schon mal tun. Achso, das Rezeptbuch ist jetzt auch hier drüber. Sollte ich dich jetzt auch hier drüber. Jetzt nicht sterben. Warum mache ich mir nicht Sorgen wegen Bad Omen? Okay, da hat man eine verzauberte Armbrust. Also ich habe zu Weihnachten eine ganze Woche mit einer normalen Decke geschlafen. Ich merke trotzdem inzwischen nicht mehr den Unterschied mit der Gewichtsdecke. Hören diese Tiere? Das war's. So, die Frage ist, was können wir noch sinnvolles craften jetzt? So, die Frage ist, was die Frage ist, was die Frage ist. So, pass auf, wir haben ja noch hier das Zeug. Jetzt möchte ich nur gerade wissen. Nein. Ich will mal eben... Ich will mal eben... Die Werfer werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Wo sind die? Hier Goldblech, Depot und ein Zahnrad ist gar nicht mal so teuer. So, was das Zahl braucht... Braucht auch einen Input. Aber wie lege ich das Ziel fest? Das bringt uns also noch nichts. Pass auf, wo wir schon mal hier sind, machen wir es hier mal ein bisschen geräumiger noch. Ich würde gerne mal zwei Meter gehen können, ohne irgendwo gegenzulaufen. Das heißt, diese Chests müssen sich bewegen. Okay. 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 Ohne Obsidian, das Zeug, das Zeug. Wir sortieren ja eh nicht, also noch nicht. Wir haben gerade gar keine Axt mehr. Wieso mache ich eine Spitzhacke? Okay. 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 So, die ich jetzt machen kann. Nämlich, der muss auch in den Slot. so so wir brauchen mehr hiervon hiervon so pass auf eine kuh muss sterben ohje wir haben noch so viel zu tun hier so wir haben das buch zwei diamanten obsidian so wir haben zwar noch nichts aber ich möchte zumindest mal gucken ob wir irgendwas kriegen können weil effizienz 2 ist immer noch besser als effizienz 0 ich stoße mir hier den kopf genau das was ich nicht wollte so 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 schaden ist 1 so so wir brauchen noch mal ein schild weil der andere gleich hinüber ist boah wir können ja sogar den hier machen die freuden von inventorio so so irgendwas wollte ich gerade noch gemacht haben genau ich wollte mich mit mit segeln auseinandersetzen so 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 windmühlenlager so windmühlenlager stein 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 so stein d pl stein Ja gut, wir spielen ja gerade gemoddet, also... Das Spiel hat sich nicht in Vanilla so radikal verändert. Oh je, die Farben werden doch niemals alle übereinstimmen. Wir müssen die Schafe färben, sonst haben wir nur ganz viele verschiedenfarbige Wolltypen. Das wollen wir jetzt noch nicht. Kein Sekunden Kleber. Äh, benötigen wir für das, was wir vorhaben, nicht. Kommt schon Schafe. Oh. 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 So, komm. Ein bisschen mehr Bewegungsspree-Raum hier. So, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? So, wie soll ich das jetzt vorstellen? So, wie soll ich das jetzt vorstellen? Nein! Spiel! So, 28 Windmühlensegel. So, ich will nicht dem Deployer. Ich will den anderen. Mechanische Erntemaschine. So, wie soll ich das jetzt vorstellen? So, wie soll ich das jetzt vorstellen? Nein! Ich verstehe das gerade nicht. So, wie soll ich das jetzt vorstellen? 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 So, wie soll ich das 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 vorstellen? Oh battery genau! So, wie soll ich das Katpresi sehen?